Trotzentime steht an bei Noobs to Commander, Freunde, ja, Noobs to Commander. Premium-Übergang, oder? Oh, ja. Rammler? Eis A. Hast du jetzt Frotzentime gesagt oder Schrotzentime? Frotzentime. Quatsch, Frotzen? Frotzentime? Frotzentime, Alter. So eine Mischung Frotze und Rotzen. Team Deaths. Genau, genau, genau. Da rotzt die Frotze dir mitten ins Gesicht, ey. Deine auch? Ja, das ist ständig, ständig. Meine eigene Frotze macht das, weißt du? Frustblatt! Scheiße. Nein, ich hab Frustlatt gemacht. Nein, ich hatte Starter. Ich hatte Starter. Oh Gott, ey, du Scheiße! Alter, was für ein Schrotzen, ACM. Ey. Na, nur wenn ich schrotzen im Gegnerteam hab, dann find ich die assig. Ansonsten gehen die. Und ein Sniper, jawoll. Junge, du hast es drauf, ey. Ich war ganz ehrlich, wenn Männer auf einmal für einen Tag Titten hätten oder so, die würden doch bloß den ganzen Tag an sich rumspielen, oder? Oh ja, ich würde das nur machen, glaube ich. Ey, das wäre so ein Premium, oder? Ich würde nur an mir rumpimmeln. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, ich würde auch an dem Tag nicht arbeiten gehen und sonstiges und mich einfach einschließen. Wegen Behinderung, weil ich so weiblich bin. Wegen Ablenkung. Belästigung am Arbeitsplatz. Genau, Belästigung. Kennst du den Spruch hier von wegen, Finger weg von meinen Titten. Wieso, wir sollten doch im Team arbeiten. Ja, im Team, im Team. Weißt du? Versteh ich nicht. Verstehst du mich, oder? Okay, ist egal. Ich habe einen Schrotzenspieler getötet, kommt der nächste von der Seite. So viel Schrotzenspieler, Alter, das ist unglaublich, ey. Oh, ne Witz. Und ich mach da noch mit. Oh nein! Und wieder so ein fucking Schrotzen... ...Potze. Ja, genau! Alter, der will mich doch verarschen, ey. Alter, der kriegst ja echt einen Raster, ey. Wie viel Schrotz ist hier rumrennt. Ja, hinter mir! Der hat eine Schrotze schon auf Geld, auf Geld. Auf Geld, Alter! Auf gelb, alles klar. Ich will auch meine Schrotze auf gelb haben. Vor nur um gelben Tagen. Alter, das gibt's nicht! Okay, alles gut, alles gut. Komm runter. Alles easy goal. Es... Es leckt. Alter, es leckt mega. Der Vöver, ihr Liegt. Boah, erst Schrotzen, dann Leggen und dann Luftschlag, ey. L, L, L. Ach, nee. S, S, L, L. D, D, D. D, D? Fick dich doch mit deiner Schrotze, Mann! Sollten Schrotzen, sollten verbieten werden, Alter. Ich verbiete mich gleich auch. Bitte verbiete dich. Oh, was sollst du da machen, ey. Von allen Seiten kommen sie, ey. Hast du in Nuke Town. Äh, Nuke Town. Es sei denn, hier, du, vor, hier, vor, vor allem bei Nuke Town kann man echt spielen, ey. Das ist nämlich Hardcore und dann, dann macht's ja eigentlich echt Spaß, ey. Kann man das mal machen. Können wir mal machen, nächste Runde. Oh, Granatenkill. Also, nächste, nächste Aufnahme dann. Oh. Oder? Mir egal. Je nachdem, was du sagst. Oh, Gott. Oh, Leu. 05, KD, läuft. Ich hab, ich bin ja positiv. Ey, du bist doch positiv geworden, was sollt' los? Vor allem, auf den da. Den auf den hab ich sogar geschossen. Leu. Das war die Shotgun, schlüssig, gerade nach dem Vorbein, das war meine. Leckt zum Glück gar nicht, Alter. Nee, nee, du. Alter, was los, ey. Ich hasse lecker. Lecker frotzen, lecker frotzen. Lecker frotzen? Lecker frotzen, ja. Alter, mir fehlen bloß noch 3700 dp. Wir müssen jetzt noch so lange spielen, bis ich die hab, okay? Okay, von mir aus. Gut, dann nicht. Ich hab mal gucken, wie viel Platz ich noch hab. Ähm. Reicht, ich hab nur 220 GB frei. Okay, wollen wir Herrschaftsspiel? Nein, wir spielen das jetzt weiter. Na dann, oder lass doch Nuke Town Forever machen. Okay, Nuke Town Forever. Dann können wir das mal den Zuschauern zeigen. Ja, zu Gemüde führen. So richtig eindringen in das Thema. Minima wenig Spieler. Abschluss bestätigt, alles klar. Shotzen time. Ist Hardcore, ne? Nee, doch nicht. Doch, Hardcore. Das leckt auch irgendwie gar nicht. Nee. Ja, ich wurde mit dem Pfeil gestackt, Alter. Boah, wie ich weggeflogen bin. Alter, wie's abgeht, ey. Alter, das gibt's nicht. Alter. Das fehlt jetzt einfach die leckliche Anteuerung. Ey, das gibt's nicht. Ne Vitoi-Einheit. Alter, und das leckt, ey. Mega Premium hier. Keiß, hätte ich das bloß nie vorgeschlagen, ey. Ja, wäre besser. Alter, das gibt's nicht. Ja, genau. Im Glück ist die Scheiße vorbei. Such mal eine neue Lobby gleich mit dem Ding hier. Lieber Scheiße. Könnt du bloß drei Kills machen, ey. Ich könnt nur einen machen, genau. Ich bin der letzte Kill. Nee, doch nicht. Wollte schon sagen, ey. Warst du der letzte Kill? Ja, nee, ich war auf der anderen Seite der Map, aber da hat er so hingeschossen mit seinen Raketen, ey. Oh, das war der Kill. Das war der Kill, echt? Ja. Ja, ungefähr. So, ich bin es noch 2668 EP. Ich folge eine Überlänge, tut mir leid. Seine Schuld. Meine Schuld? Gar nicht wahr. Ah, das fängt ja schon wieder so, Premium-Mann. Hardcore, jawoll. Leute, schon wieder ein Juxus. Ja, aber Hardcore wenigstens. Was? Warum? Hardcore? Ja, Hardcore. Hardcore Capture so Flag, wa? Ja, Capture so Flag. Alter, aber wieso, wieso Capture so Flag, ey? Und ich hätte nicht so Premium. Jetzt kann ich meine Skorpion nehmen, ey. Ja, die habe ich jetzt auch schon gerade ausgepackt, ey. Ah, jetzt will ich wieder warten bis zum Einstieg. Jawohl. Mach hin, ne. Weißt du, ich werde einmal gehitten haben. Ich darf nicht sterben, nein. Ich weiß nicht, ich darf nicht sterben. Dann muss ich wieder warten. Oh, ist vorbei. Oh, aber es ist noch nicht so, dass du siehst. Ich habe ganze zwei Kills geschafft. Ich bin der letzte Kill. Schon wieder. Du hast immer so ein Glück. Ey, ich habe immer so ein Glück, ey. Vorhin habe ich mir mit Sounds gezockt, da hatte ich zweimal den letzten Abschuss, ey. Wow. Das war gut. Warte mal, Tosli, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wenn du mich abschießt, dann machst du dir selber Schaden. Warte. Sehr gut. Ich habe gesagt, du musst dir selber Schaden. Alter, wo war er denn? Ich kenne das nur andersrum. Nee. Alter, ich mache einfach keine Kills. Der Schütze kriegt Schaden. Ich habe 0,5. Ich bin auch schlecht. Ich habe jetzt 3,5. Ach, ja, ey. Aber ich hasse Kripp schon so Fleck, weil da musst du immer so lange warten, ey. Das ist voll nervig. Oh, ja, ja, ja. Alter, ich habe 0,6. Ich habe 4,6. Ich bin einfach zufrieden. Mega Premiermodus. Alter, komm, ich will wieder rein. So, jetzt geht's weiter. Woher? Wo ist denn der? Ja! Ey, das gibt's nicht. Oh, Gott, ey. Nur Fotzen hier am Start, ey. Alter, ich kann nicht. Hast du immer noch keinen Kill? Nö. Ganz vorbei. Ich habe 0,8. Hallo, ey. Da seht ihr, Freunde, Rambler kann auch mal Premium spielen, ja. Das bin nicht nur ich, der so scheiße ist. Ich war lecker Kill. Echt? Ja. Ausgleich. Oh, nö, nicht Ausgleich. Äh, Verlängerung. Och, nö. Und das muss ja mit 3 sein. Die Ziele sicher. Hunter hat dich angeschlossen. Warum ist mein Mauskabel gerade so kurz? Was soll der Scheiß? So, jetzt kommt's gleich weg. Jetzt habe ich mal fast ein 4er-4er-Kill gemacht. Ja, die ganze Zeit keine Kill. Jetzt mal ja, wenn man ein 4er-Kill fasst. Ja, und ich, äh, war schon wieder tot. Sehr gut. Wahr sein werden. Wahr sein werden dürfen, wollen. Ey, das gibt's nicht. Ich spawne direkt vor einen und der schießt mich ab. Ja. Das kann nicht wahr sein, ey. Aber wirklich sowas von Premium vor einem? Nein, ich wollte die Flagge nehmen. Ich hoffe mal, da meint es nicht mich. Ey, ich bin Fotosny. Ja. Bin ja auch gerade mega scheiße. Wo sind denn die ganzen Gegner? Alter. Können die mich eigentlich verarschen? Granate fliegt! Nach landen! Mega Premium, dass ich gar keinen sehe. Neul. Da habe ich gerade eben den ersten gesehen, ey. Schon vorbei die Runde. Zeitlimit erreicht. Das war meine Granate. Neul. Boah, das war voll der Hedger, ey. Hat bestimmt gar nicht wehgetan. Ne, das tut gut, habe ich gehört. Lady Mod, alter. Krottel. Ein deutscher Alkab. Blubber, Junge. Blubber. Ja, wir hätten aber auch die Folge zu lang. Ja, wir haben uns auch. Ich habe es auch nicht. Okay, also vielen Dank, dich zu schauen und haut rein. Tschüss. Tschüss.